Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Benham, 1974. Wir sind aber bei Gabriel Knight, 20th Anniversary Edition. So, und das war jetzt nicht so von einem Erfolg gegründet, weil das mit dem Foto macht wahrscheinlich jetzt noch keinen Sinn. Könnt ihr hier rein kommen? Hör auf, würdest du? Okay, bereit. Vielen Dank, Junge. Lass mich wissen, wenn du sie entwickelt hast. Ach, die Fotos, das ist. Ja, sicher. Was noch anderes, Neid? Ja, das ist es. Great, danke, Franks. Hey, ich habe eine Rhyme. Du bist mir überraschend. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Danke, Gott, dass ich dieses Ding wieder weg kann. Verdammt, es ist heiß. So, jetzt müssen wir ihn damit sicher noch rauskriegen. Okay, noch was anderes? Das merken wir uns schon mal. Okay. Du musst mich zeigen. Kann ich sehen? Die anderen sechs Papiere sehen? Äh, sicher. Die Leute lieben dieses Ding, nicht wahr? Vielleicht macht das Buch noch mehr mysteriös. Geh mit Officer Franks. Sag sie, dass ich gesagt habe, dass du das Foto sehen kannst. Was ist der Status auf dem Voodoo-Mörder-Case? Es geht. Ich sehe nicht, dass ich keine Progresse mache. Das schreckliche Scheiße. Es ist wunderschön. Was ist der Status auf dem Voodoo-Mörder-Case? Ich habe dir gesagt. Es geht für Scheiße. Okay. So. Jetzt gebe ich mal Kaffee von dir. Wie soll ich mir Kaffee bekommen? Kaffee? Willst du Kaffee? Hat das dich überrascht? Nein. Du bist immer ein Kaffee-Affekt. Es ist nur, dass das, was wir hier bekommen haben, kaum qualifiziert. Also ich bin stolz. Es ist dein Kaffee-Affekt. Ich bekomme dir etwas, wenn wir fertig sprechen. So lange? Alles klar. Ich gehe jetzt. Nimm nichts zu tun, während ich weg bin. Morse ist getötet. Ich denke, ich will nur diese Kaffee-Affekt. Hey! Was machst du mit meinem Kaffee-Affekt? Nichts. Ich dachte, ich sah etwas auf dem Kaffee-Affekt. Es ist nur das. Danke. Tönes. Ich meine. So. Komm. Darf ich noch etwas machen? Okay. Alles noch? Die Kaffee-Affekt ist leer. Die Kaffee-Affekt ist leer. Warte mal. Kann ich dir noch mal verarschen, dass ich noch einen Kaffee-Affekt bekomme? Du bist der Kaffee-Affekt. Warte mal. Wie soll ich mir ein Kaffee-Affekt bekommen? Was bin ich, dein Kaffee-Affekt? Hey, ich mache meinen Kaffee-Affekt hier. Ja, ja. Okay. Nein. Kann man das unendlich machen? Interessant. Interessant. Na gut, wir konnten uns ja gleich mal was anderes. Aber den Gag wollte ich mal ausprobieren. So, komm. Achso, kann ich auch gar nichts machen. Na gut, ich bin. Na gut, ich bin. Na gut, ich bin. Na gut, ich bin. Das ist alles. Ich habe nichts gemacht. Na gut. Na gut. Das ist alles. Okay, was anderes? Na gut. So, jetzt gucke ich mal, was ich da machen darf. Aber ich bin mir sicher, dann muss ich wahrscheinlich mit ihm ein Foto machen. Dann kann ich den Quatsch davon gucken. Ja. Na gut. Ciao, Baby. Ja, ja. So weit weg bin ich noch nicht. So, dann erzähl mal was. Entschuldigung, Officer? Ja? Kannst du ein Foto für mich bekommen? Welches Foto wäre das? Der Voodoo-Mörder-Foto. Der Voodoo-Mörder-Foto. Detektiv Mosley sagte, ich könnte es sehen. Wirklich? Na gut, wenn er so gesagt hat. Ja, mit ihm kann man sie bestimmt nicht. Aber da ist ja ein Fotokopierer. Da ist es so. Du kannst es alles aufhören, was du willst. Aber nicht in diesem Bereich mit ihm, okay? Und keine Fotokopie habe ich mir Angst. Natürlich. Ich verstehe das alles. Klar. Gabriel öffnet und schreibt das Polizum. Okay. Okay. Sehe ich noch keinen Hinweis, aber... Das ist schon total Ärger. Ich sagte dir, du kannst offizielle Polizumfile nicht Fotokopieren. Genau. Entschuldigung. Ich habe es vergessen. Okay. Aber dann weiß ich schon mal, was ich da machen muss. Ich bin fertig. Ja, danke. Ach, gern geschehen. So, wir brauchen ein Foto. Ja. Ja, ja. Was ist das, du wanker? Puh. Es ist heiß hier. Kann ich dir fragen, was ich? Du bist der Writer. Ja. Ich habe diese Fotos, die du hast für mich. Ja. 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 Ich bin ein Foto. Was für? Ich glaube, wir haben dich nicht den besten, Sir. Wirklich? Okay. Ich werde Franks wieder kommen. Franks, komm zurück mit dieser Kamera. Franks, komm zurück mit dieser Kamera. Ich liebe meine Karte auf, es ist so schmerz in hier. Aber eine Bildung ist eine Bildung. Jetzt was, Sir? Dieser Klown will eine andere Bildung. Du wirst mir nicht interessiert, oder? Natürlich nicht. Was könnte ich sonst noch machen? Bereit? Schrei. So. 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 Anything else, Knight? Hold on a sec while I go check my hand. Good God, Knight. Make it fast. So. Jetzt können wir doch alles machen, was wir wollen, ne? Ja, natürlich können wir das. Jetzt. Es ist mal wieder Teilung offensichtlich. Es ist mal wieder Teilung offensichtlich. Bien. Ist auch geil, dass es kein Rohfeld fällt. Just wanna check this machine here. Ja. Schön ist es überhaupt nicht interessiert. So. Und wieder zurück damit. Kein Mensch merkt was. So war so klar. So. Dann kommen wir wieder zurück. So. Ja. Dann können wir die Polizistation endgültig verlassen. Würdest du hier einfach rein kommen? Ja, natürlich. Hör auf, würdest du? Okay. Bereit. Danke. Lass mich wissen, wann du ihn entwickelt hast. Okay. Die Fotos. Das ist sicher. Nein. 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 Das ist es. Gut. Tschüss, Franks. Mhm. Danke Gott, dass ich das Ding wieder wegnehme. Verdammt, es ist heiß. Das ist干st. Anything else? Nein. Go, gehen. Achtung. Ich gehe das mal. Ich gehe das mal. Servus, ich bin. Ja, macht er das automatisch, oder muss ich das Tor aufmachen? Ja, macht er automatisch, gut. So... Ähm... Ja, ich habe einen Moonbeam, machen wir später. Gucken wir mal, was wir da noch haben. Da ist... Kenny. Wollte ich jetzt mal nicht hin? Gehen wir erstmal... ... zur Friedhof. Oh, was haben wir hier alles? Da haben wir mal Kiro, das sehe ich schon. Boah, wir haben hier Optionen! St. Louis Cemetery No. 1 ist einer der größten und herzlichen Pläne in der Karte. Okay. Ein Engel mit dem Cross standen auf einer der Tomben. Was haben wir schon? Was haben wir schon? Der Name Ross ist auf dieser alten Tombe. Meine Tombe ist da, nach dem Ross-Tomb. Keine Weise. Das muss auch nicht sein. Das muss auch nicht sein. Hier und da in der Cemetery. Stragli-Planter, die Stragli-Planter, die Stragli-Planter. Warum soll ich die Pflanzen mitnehmen, weil das irgendwie sind? Gabriel braucht keine mehr Hauspläne. Ja, dann weiß ich auch nicht, warum man das mitnehmen soll. Den können wir mitnehmen. Die Stragli-Planter ist ein Stück von roten Brücken. Wahrscheinlich ein Stragli-Planter von spirituellen Graffiti-Writerern. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Die Schriftzeichen. Ach du Scheiße. Och. Ja, da war was ganz tolles. Im Original. Das kann eigentlich nur besser sein. Hier, willst du jetzt den Zielstand nehmen, oder? Gabe? Das wollte er nicht gerade. Aber da bist du ein bisschen seltsam manchmal. Das ist mit Markierungen, Mann, quatschen, oder? Das ist mit Markierungen, an und Quatschen. Gabriel kann den Markiers damit aufnehmen. Aber die kann man bestimmt... Die Wallen funktioniert nicht so. Ich will eine Kopie von diesen strange Marken. Gabriel mag die Idee, die Marken auf dem Tum. Aber im Moment ist er nicht sicher, was zu sagen oder wie zu sagen. Das ist schön. Ja, das ist schön. Okay. Food, Trinkets, and more unsettling things have been left at Marie Laveau's tomb as offerings from believers. No thanks. Naarlins is famous for its above-ground tombs. The high-water table prevents bodies from being interred underground. No. I don't know. This seems to be a favorite decoration for the dead. The tomb is securely closed. I need to go visit the family tomb today. Ah! Ah! Da geht aber bestimmt hier was rein, oder? Wie denn da rein? Hallo! Right? Das ist! Ja. Das ist ja. Das ist ja noch wunderschön. Ah! Abkammer, da komme ich da hin, da komme ich wieder da hin. Da gibt es ja noch was. Ich bin gespannt, wo er hingeht. Jetzt gehen wir hier zum Schalter. Da gibt es eine kleine Marbleplatte, nahe der Toom-Door. Dann guck sie den nochmal an. Ansonsten weiß ich noch nicht, was man hier machen soll. Die Pläte ist in lockten Position. Es gibt ein Kiegel auf der Pläte, aber Gabriel kann das nicht ohne einen Kiegel operieren. Gabriel sieht ihn in den Bäschen, aber er sieht nicht alles, was er annehmen will. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir hier wieder einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann besuche ich Fräulein Moonbeam und dann kümmern wir uns mal um Malia Geddy. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Dann sollten wir eigentlich so viele Informationen haben, dass es eigentlich auch mal wieder weitergeht, dass wir auch mal wieder ein paar Rätschen lösen können. Da scheint mir noch ein bisschen was zu fehlen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin euer Mr. Venom1974 und abonnieren, kommentieren, bewerten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.